RESIDENT EVIL Medizine, it's working. Scheiße, wo ist sie? Was ist sie? Ja, da machen wir aber auch erstmal einen gewaltigen Umweg. Achso, ja, das ist das. Das ist das. Das ist das. Das ist das. Ich muss schon sagen, das habe ich so wenigstens geklärt. Ah, okay, das geht hier so lang. Hier, hier, hier. Ah, okay, die elegante Krone. Geht das jetzt schon los? Nee, machen wir doch mal. Das ist ja die tolle Variante. Ja, damit könnte ich mir locker... Ja, ja, Raketenwerfer holen. Alleine nur durch diese Seite. So, das war jetzt ja eigentlich nur Köl, Köl, Köl. Ähm, aber dafür ist ja auch die Laterne da. So, jetzt gehen wir ja hier hoch. So, jetzt gehen wir ja hier hoch. So, jetzt kommt wieder dieser Moment, den ich nicht so ganz verstehe, aber irgendwo war, gab es ja mal einen Hebel. Ja. Ja, ich muss aus. Ja, den kann man so leicht übersehen. Jetzt kommt eine geile Sequenz. Äh, wirklich. Das ist schon echt geil gemacht. Das ist wirklich schwer. Das ist wirklich schwer zu machen. Mit den ganzen... Äh, ich meine, klar, das ist jetzt nicht hell ausgeleuchtet, aber einmal um den Charakter rum. Also das ist wirklich sehr beeindruckend, was sie hier für eine DLC-Kampagne hier raushauen. Äh. Ja, aber hier gibt es ja nichts zu holen. Das ist... Ah ja, jetzt sind wir hier. Water, baby! A nest? Ich hoffe, es ist nicht ein sign of things zu kommen. Hm. 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 So, da bin ich jetzt ein bisschen mehr ungeniert geballert, aber das ist ja zu, bekomme ich später ja hin, nehmen wir einfach alles, Money, ja, Money kann ich gut gebrauchen, oh Mann ey, ah ja. Dann halten wir das nochmal, das ist auch zu. Moment, jetzt können wir ja schon langsam das hier anmachen. Okay. 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 Was ist das? Oh, Fieble! Wollen wir erstmal bevor wir... Wir kommen ja noch früh genug zu den guten Herren. Zu den guten... Mann. Dem Verkäufer. Weil es kann... Ich kann mich, glaube ich, erinnern, dass ich noch besondere andere Edelsteine noch bekomme. Vielleicht kann ich ja meine Krone da aufwerten. Oh, das ist gut. Ich würde schon fast mehr in der Blendkanade machen. Ich hoffe, das ist gut. Das muss ich auswählen. Ich hoffe. Bring me a challenge. Light's out. So was meine ich zum Beispiel. Dass man genauestens hier sieht. Ach ja, hier, doch, da hinten. Ah, da muss ich doch einmal rum. Ah, da muss ich doch einmal rum. Ah Oh My Here we go Ah Wollen wir mal schauen Edelsteine Ja Ob ich noch so ein Viereckigen nochmal bekomme Ich weiß es nicht Ob ich noch so ein Viereckigen Naja die kommen Die kommen hier so Oh. 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 And this pink bit of next. Oh. 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 Ah, okay, das ist dann der Raum. Alles klar, gut, nee, da muss ich vorhalten. Wie kam ich da nochmal hinten hin? Okay. 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 Möbel ein Wettbewerb, um zu deinem bestimmten Wettbewerb zu spätieren. Probier's das für ein Wettbewerb. Wir beginnen zu bekommen eine Idee von deinen Geschmacken, Freund. Das Kind von Arbeit ist um Finesse, Stranger. Ein bisschen geht ein langer Weg. Du wirst es sehen. Nicht genug Geld, Stranger. Deine Wettbewerb sind in guter Hand, Freund. Ich sehe dich gut. Ja. Das probier's für ein Wettbewerb. Es gibt ein paar Dinge, die Geld nicht kaufen kann. Hätte ich vorher reingucken sollen, da hätte ich mehr Geld rausbekommen. Haha, du kannst nicht falsch gehen mit dem. Oh, ich wusste, dass du diesen gewählt hast. Stocken auf, während du kannst. Wunderschön. 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 Ah, Alexandrie ist okay. It warms my heart to see you stuck by... Welcome! Well then, what can I do you for? Your valuables won't do you much good in the grave. Moulding a weapon to suit your specific needs. It's a thing of beauty, isn't it? Better to be over. Thank you. Do check out my wares again soon. Okay. Okay. Dann speichern wir den. Shit. Und dann... Let's go. He'll be right back. Do you believe you're going to be right back? Okay. Okay. Let's go. Okay. Let's go. I'll be right back. So, do you have to do this- I'll be right back. You just have to do this- But I have to cut you inside. Schmeide ich doch. Schmeide ich. Schmeide ich. Das ist nicht gut, aber was soll man machen? Schmeide ich. Ja, das hat mir persönlich nicht gut gefallen. Das hat mir persönlich nicht gut gefallen. Mann, Mann, Mann. Ja, da brauche ich mehrere Anläufe irgendwie. Keine Ahnung. Ballon. Oh ja. 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 Das war's für heute. 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 Mann, Mann, war das eine blöde Situation. Nein, 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 nein. Ah, es ist eigentlich ein ganz guter Raum, man muss sich halt richtig anstellen. Ah, ich weiß nicht. 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 Ah, hier sind wir hier. Ah, haben wir was? Ah. Ne. So, aber von einem Raum in den nächsten. Weil jetzt wird's gleich extrem. Du wieder? Oh, you have a stench of battle on you, mate. Heh heh. Heh heh. Welcome. Welcome. What can I interest you in? You're a deal well struck. Heh heh heh. Good as new. Your weapons are now going cause some mayhem, eh? Heh heh heh. So. Jetzt kommt der Kampf gegen Pilsanta. Dann sind wir auch schon... Dann geht's auch schon gleich richtig los. It's close. I need to put that thing down. That's it. Come on now. This spot will do. Hammerstarke Person, echt. Haha, zieht einfach mal so'n Rückteil, so'n Teil, ey. Okay, it's dead. Cleany type. Time to end this for good. Oh. Hm. Uh. OK. Ah. Ah. Was ist das? Was ist das? Das war's für heute. Was ist das? Okay. Ah, das ging noch gerade so. Wurmywurm. Oh, not exactly what I expected. Hmph. Oh, my God. 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 Moment, Leute, ich muss kurz Pause machen. Okay. Ja, warum nicht gleich so? Die Frage aber, hey. Da kann ich nichts herstellen. Jetzt sind wir endlich den Shit los hier. Da kann ich nichts herstellen. Das muss ich helfen. Die Amber, Luis. Wo ist es? Danke, für die Chance zu gehen. Was hast du gesagt? Ich bin glücklich. Wie gesagt, ich bin nur ein Semeritum. Wie geht's dir, du helfen, Leon, wenn ich weg bin? Speaking of... Sounds like er braucht mich. Leon! Komm schon! Luis, die Nachbarn muss noch warten. Du bist nicht weg. Leon, es ist nur eine Zeit, um zu sagen zu sagen, so hören Sie auf. Sie haben deine Freundin zu der Topf der Klocktower. Wenn Sie schnell kommen, Sie werden da bis sie sich in einer von ihnen verletzt. Also, Sie sind nicht heartless, nachher. Ich glaube, ich sollte mich dankbar sein. Ja, Sie sollten. Now, back to Prowzer. How do you get over there so fast? How do you get over there? How do you get over there? How do you get over there? I mean, you have to get over there. How do you get over there? 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 I have enough to do here. You have a stench of battle on you, mate. Welcome. Oh, what you're buying? A deal well struck. Easy work. If you want a fighting chance out there, you best tune up your kids. Try that on for size. Okay, then I'll let that so. What do you get over there? I don't always have this in stock, stranger. Anything else I come back. Sorry, guys. Nochmal. Pause. Sorry, guys. Die Störung. Davon kann man nicht genug haben. Ja, das ist schon ganz okay. Okay. Wow. Die Störung! Die Störung? Die Störung. Was ist das? Ja, schon mal durchsuchen, weil es gibt ja diese schöne Questreihe hier. Ja, schon mal durchsuchen. Ja, schon mal durchsuchen. Ja, schon mal durchsuchen. Ja, schon mal durchsuchen. Nee, hier noch nicht. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Da ist er. Den kamen aber echt verpasst. Nee. Nee, tatsächlich. Ich muss ja nochmal zurückführen. Ja. 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 Was ist das? Light's out. Light's out. Light's out. Light's out. Was ist das? Here we go. Oh, es läuft. Ah, wo war der? Da. Ah, wo war der? Es ist fertig. Hop in. Yay. Good. Oh. 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 Oh, wait a moment. Such a fool, Mr. Finicky. To have been roasted with lore oddly. I get». As�러 complementary? Good boy. Just keep him busy a little longer. Ich habe ihn zurück, bevor ich ihn zurückkehren. Ich weiß, dass du das machst. Die Mission muss weitergehen. Ich verstehe. Ich muss die Klientin glücklich sein. Ja, eigentlich ist es hier kurz vor Ende. Ja, es ist blöd. 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 Ja, es 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 blöd. All depends on you. Change of plans. Of course, you're free to refuse. Think that gun is gonna be enough? Interesting. Ok. I'll do it. But, cost you extra. Wise decision. Ah ja, für die kurzen Momente, die Wesker hier ist, ist toll. Bin ich mal gespannt, ob sie das aufarbeiten werden, was da als nächstes kommen wird. Wir haben einen Weg zu gehen. Ich krieg ständig rotes Zeug. So, ich werde auch mal gern Kühnes bekommen. Okay. Ah, ich weiß nicht. das net geht ja wieder wanda Ach ja, hier ist er wieder. Ach ja, hier ist er. Gefällt mir, gefällt mir. Ich glaube, das war's. 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 Das war's. Ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's. Ja, das war's. Ich glaube, 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 das war's. Ich habe die Medizin gerade in Zeit. Kannst du dich aufhören? Wo ist Luis? Ich habe mich Angst, um dich zu Ende. Bis zum Ende. Ich bin. Ich bin. Wir haben viel Zeit. Wir haben viel Zeit. Wir müssen diese Dinge wegnehmen. Für Luis. Für Luis. Beta, komm in. Wir haben ein Labor, wo wir die Parasiten entfernen können. Wir haben eine verrückte Hunche, wo es ist. Der wichtigste Hunche sind in ihrer Sanctuary. Das ist das, wo ich bin. In der Encyclopädie. Ich bin froh mit Hilfe. Ich bin froh mit mir. 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 Und ich bin froh mit mir. Ach ja, die beiden Sachen. Und dann müssen wir da rein, jojo. Ah, ich behalte ihn noch. Ich habe das nicht immer in Ordnung, Arschlager. Das wäre alles, dann komm mal zurück! Jo, da sind wir recht gut durchgekommen, haben einmal den Großen gekillt, wegen Geld. Im G4-Haus, da wollen wir mal. Ah ja, und dann ist da das Ding drin. Oh ja, ich bin. Lights out. Oh ja! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Oh ja! naja der hat denn einen schatz drin aber bevor wir das machen wo ist erstmal die sache endlich mal was grünes hier war und 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 Was ist das? Was ist das? Was ist das? Mein Gott, die schmeißen mir auch Rubine in die Fresse. Das ist ja herrlich. Was ist das? 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 Willkommen! Welding, was kann ich dir tun? Ihre Valuables wird dir nicht so gut in der Grave machen. Vielen Dank! Will das alles sein, dann? Was du siehst, ist was ich habe. Moment, wie viel habe ich denn noch? Ich habe noch 37.000, werde da bestimmt noch was finden. Ja, die sind alle zu expensive. Was ist das? Es geht gar nicht besser als das. Es ist ein veritabeliges Werkstatt. Welding, was kann ich dir tun? Ich hoffe, dass ich dich wiedersehen, strenger. Okay. Okay. Die Umgebung ist gut gegründet. Ich muss mich vorsichtig sein. Ich verstehe, du hast den Boden gegründet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Not again Untertitelung des ZDF, 2020 Not again 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 Not again, not again Not again Not again, not again Not again Not again, 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 not again, not again Not again, 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 not again you're going to blow up this entire island including the president's daughter won't that make things harder for you there's no room for half measures the weak exists to serve the strong enough talk bring me the aim Türkiye has arranged a wave for you to get back to the Nein, ihr gefällt das nicht so ganz. Die hat doch noch irgendwo ein gutes Gewissen. Okay, ich bin hier fertig. Okay, ich bin hier fertig. Und da ist er, der Resident Evil 1 Film dieser. Oh Mann, dass der reingeschaut hat. Waffel Eisen. Ah, jetzt waren die da, wo beim Bernschrein. Ich habe dich jetzt, Sadler. Now, find Leon and Sadler. Ja, jetzt müssen wir ein bisschen kämpfen. 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 Wauw. 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 Rubie ist ja alles okay. Wauw. 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 Das ist unsere Wahl. Wir wollen hier nicht. Okay. Moment. Hast du noch? Ja ja. Ja, das will ich noch nicht. Meine ich doch. Kaufen wir lieber das hier nochmal. Das ist nämlich ein kleiner langer Weg. Lights out. Ich hatte Angst. Ich hatte Angst. Ich habe Angst. Ich hatte Angst. So. nochmal aus was Gegnerwellen angeht Eid 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 Hey, 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 hey. Ja, da kann ich schon mal eins davon nehmen. Ja, da kann ich schon mal eins davon nehmen. Ja, da kann ich schon mal eins davon nehmen. Ja, da kann ich schon mal eins davon nehmen. So, noch mehr Schmuck zum Verkaufen dahin. Ja, da kann ich schon mal eins davon nehmen. Ja, da kann ich schon mal eins davon nehmen. Ja, da kann ich schon mal eins davon nehmen. Ja, da kann ich schon mal eins davon nehmen. Ja, da kann ich schon mal eins davon nehmen. kann man immer noch nichts machen außer blendgranaten die kann man gebrauchen oh ja okay here we go oh yeah here we go es ist eindeutig zu viel willkommen stranger will it what can i do you fool i'll buy almost anything i'll buy it at a high price good luck to you stranger where you gonna put this your pocket all yours stranger your weapons are in good hands i'll see you right your valuables won't do you much good in the grave a deal well struck if you want a fighting chance out there you best tune up your kids that is a top notch weapon you really don't settle for anything less than the best come back anytime jo 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 alles klar das wird ja nicht lang dauern i can hardly contain myself und 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 Hier gibt es keinen Scheiß mehr, ne, kurz. Okay, Leute, let's fucking go. Join our Covenant. Oh, blessings unto him and the sweet mercy they bring. Exalt, Gauls, and let it be sung. Leon! Go! Yeah, I feel you're not too close to my friend. I feel like I'm going to die. I feel like I'm going to die. I feel like I'm going to die. I feel like I'm playing at customs. Well done, Ada. Evacuate immediately. Understood. Someone is coming to pick you up. I trust everything is fine on your end, too. Hmm. Hmm. So wurde sie gefangen. Ich finde trotzdem immer noch sehr heftig von so einer Höhe mir auf Stüttelschuhe zu landen. Aber. Hey. 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 Nielchen! Not lange until the bombs on this island start popping off. Time to wrap things up. Ah yeah, that's bullish. That's warning. You're not going to do it, bro. Not going to do it, bro. It's not going to be a gun. You're not going to do it. It's not going to do it. I'm gonna do it. I'm gonna do it. It's not going to be a fire. Habe ich noch irgendwie ne rote Pflanze? Nee, dann kann ich ja die ne? Banams. Ja, dann kann ich ja. Das war's für heute. Schnell, schnell, schnell! Ich sag euch, Leo mit der Jacke sieht immer cool aus. Ich meine, mein Gott, die sind unangenehm, aber im Kampf, aber geil. Es ist Zeit, das zu Ende. Schnell, schnell! Schnell, schnell, schnell! Schnell, schnell! A cubierta! Ich schuze mich. A cubierta! A cubierta! Leon braucht Hilfe, schnell! Ja! Ja, Ashley! Ich bin auf. Swingity Swing. Hebel umsetzen. Ah, wir haben's gleich geschafft. Yeah! Kamerafahrt! Und that was it! Use this! Use this! I'll give you a holy body. Ah! 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 Ich habe den Ammer erhalten. Excellent. Exzellent. Nur eine Frage. Was planst du damit zu tun? Das ist gut. How ambitious. We're changing course now. Tja, wo fliegt sie damit hin? Ja. Ah, die kleine Musiknuancen, die sind wirklich schön hier. Ja, meine Damen und Herren. Das wäre es mit der Playstage zu Resident Evil 4 Remake Separate Ways. Ich muss sagen, was Capcom hier für 10 Taler auf den Tisch legt, ist einfach krass. Ja, okay, Liligau, das ist die einzige... Ach nee, das ist Yunko Mingama. Äh, Liligau hat ja doch nichts damit zu tun. Ähm, jedenfalls, äh, jedenfalls der Voice Cast. Hm. Jedenfalls im Englischen. Ähm, das ist vielleicht, woran man sich stören kann. Man kann sich aber damit auch etwas arrangieren. Ich kann es zum Beispiel. Aber nichtsdestotrotz, äh, wir sehen noch viel mehr von Luis. Wir tragen die Kämpfe aus, die damals im Original auch optional mit Leon gemacht werden konnten. Äh, es lässt sich... Und durch dieses DLC, äh, lässt sich das Spiel total rund fühlen. Also, ich meine, wer Resident Evil 4 Remake gespielt hat, der wird sich das locker für den 10er holen. Und was wir hier für 10 Euro bekommen, äh, wirklich geil. Neue Musik. Spezial arrangiert für, auch für ADAS Kampagne. Äh, auch wirklich neue Sachen. Also, wie zum Beispiel der El Gigante Kampf. Äh, geile Sequenzen, sehr viele geile Kamerafahrten. Also, das ist schon mega geil aufgebaut. Ah, ich hab... Ja, mein Gott, ich hab nur 4 Stunden gebraucht. Naja, mit den ganzen Unterbrechungen und so kommt es irgendwo hin. Von der Gesamtspielzeit her. Aber, jetzt kommt auch noch so ein ganz kleines Detail, was ich ganz geil finde. Tja, wo das hinführen wird. Remake mäßig. Das wäre sehr... Das ist echt spannend. Oh, Ada. Was zu tun mit dir? Ja. Die Choppers sind noch mit deinem Rang, Sir. Können wir Feuer öffnen? Nein. Ihr kleines Akt der Defianz ändert nichts. Außerdem... Wir haben alles, was wir brauchen. Jo. Crowsers Leiche. Wir fortsetzen. Wie planiert. Hm. Bin mal gespannt, ob das vielleicht erklärt wird, dass Crowsers DNA dazu führte, für den Odobodos... ...wenn wir überhaupt zu fünfund, äh, führen werden. So... ...wenn wir überhaupt zu fünfund, äh, führen werden. So... ...wenn wir überhaupt zu fünfund, äh, führen werden. So... Wirklich tolle Performance auch, äh, von Wesker. Also, wow. Mega geil. Ich will einfach mehr von dem Typen sehen. Ja. 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 Meine Damen und Herren. Und das ist unser Endbild, meine Damen und Herren. Ja. Resident Evil 4 Remake, definitiv einer meiner Top 3, äh, Spiele des Jahres, 2023. Ähm. Ja. Und ich würde sagen, äh, vielen Dank fürs Zuschauen. Äh, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt, genauso wie ich. Äh, ich hoffe, meine Performance war auch dementsprechend ganz okay. Klar, Settler, der, der kriegt nur Raketenwerfer von mir. Alles andere ist Schwachsinn. Ähm. Ja. Man, ich hab das jetzt das zweite Mal durchgespielt. Man sieht, man kriegt keine neue Shotgun. Also die Shotgun, die ist wirklich inspiriert auch dadurch, dass man, äh, von der Original Separate Waste-Kampagne, hier von der PS2-Version. Ähm. Ähm, das, das ist wirklich eine ganz geile Anekdote, dass Ada tatsächlich nicht mehr Waffen braucht. Ähm. Ja. Ja. Feuerwaffe. Und auf jeden Fall, ja, die Upgrades für ihr Messer. Sie kriegt kein anderes Messer. Äh, das läuft. Das läuft. Das ist jetzt, das sind schöne Fights. Äh, das, das sind die Passagen drin, die in, ähm, Original Fierer Remake nicht drin sind, aber anders interpretiert sind. Naja, und, äh, ich muss sagen, ja, Resident Evil 4 Remake definitiv einer der Top 3 Games bis 2023. Und, ja, je nachdem, wann ihr das guckt, äh, ist wahrscheinlich, wenn ihr das jetzt guckt, ein bisschen alt oder so. Aber ich werde jetzt, äh, in die Weihnachts-Neujahrspause gehen. Denn das war mein letztes Legolieres Video. Und, ja, ich werde dann wiederkommen mit meiner Ranking-State zu meinen Top-Spielen 2023. Mal gucken, vielleicht schaffe ich da noch so einiges. Ähm, da könnten vielleicht noch ein, zwei Spielchen dazukommen, äh, in meine Liste. Und, ja, mal gucken, wann ich dann, ich glaube, ich das aufnehmen werde. Ähm, Tekken 8 wird ja auch bald in der, äh, wird ja auch bald kommen. Äh, mal gucken. Ich denke mal, ich werde das schon zum Launch kriegen. Und wenn, dann machen wir definitiv einen Launch-Week-Stream. Ähm, und dann wird natürlich ordentlich wieder Tekken-Stuff kommen. Äh, aber wartet jetzt erstmal nicht kein Regoliers-Tekken-Video mehr. Ähm, wenn ihr mehr Tekken-Videos wollt, äh, könnt ihr gern in meine, Playlist reinschauen. Da habe ich genug Tekken-Zeug. Ich habe auch, äh, Videos zu der Tekken 8 plus Network Test und Beta gehabt. Da könnt ihr auch gern reinschauen. Ähm, wie anders das Spiel ist, auf jeden Fall, das ist jetzt nicht Thema. Äh, ich würde sagen, je nachdem, wann ihr das guckt, äh, ich wünsche euch ein, äh, vor Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Falls ich nicht spontan noch einen Silvester- oder Weihnachtsstream machen werde. Mit, äh, Beat the Map Master oder wen auch immer, der sich da anbieten wird. Ja, und, äh, wenn ihr das Video so schaut, dann würde ich sagen, ich bin GK, das ist GameStage 5. Und, ja, falls wir uns nicht wiedersehen, guten Abend, guten, äh, guten Morgen, guten Abend und gute Nacht. Bye, bye!